Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, Deinem Beginner-Podcast. Warst Du schon einmal in Düsseldorf? Düsseldorf ist eine der größten Städte in Deutschland und liegt im Westen am bekannten Fluss Rhein. Die Stadt hat ungefähr 600.000 Einwohner und ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Warum das so ist, erfährst Du in der heutigen Episode. Viel Spaß! Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Episode ist wieder für fortgeschrittene Deutschlerner. Wenn die Episode zu schnell für Dich ist oder die Vokabeln zu anspruchsvoll für Dich sind, dann schau Dir gerne die Slow German Podcast Episode zu dieser Folge an. Das Transkript zu der fortgeschrittenen Episode sowie alle anderen Transkripte findest Du auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest Du wie immer in der Videobeschreibung. So, und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit der Episode. Reise durch Deutschland Episode 4 Düsseldorf Düsseldorf hat eine lange Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren, als die Römer hier lebten, hieß die Stadt Düsseldorf. Damals war es ein wichtiger Ort für den Handel am Rhein. Im Mittelalter, also vor sehr langer Zeit, wurde Düsseldorf zu einer richtigen Stadt. Sie bekam Rechte und wurde ein Ort für Handel und Handwerk. Später, im 17. Jahrhundert, war Düsseldorf die Hauptstadt eines besonderen Gebiets. Hier blühte Kunst und Kultur auf. Im 19. Jahrhundert wurde Düsseldorf ein Teil von Preußen. Zu dieser Zeit wuchs die Stadt sehr schnell, vor allem durch Industrie, wie die Herstellung von Stoffen, Maschinen und Chemikalien. Im 20. Jahrhundert wurde die Stadt durch die beiden Weltkriege schwer getroffen. Besonders im 2. Weltkrieg wurde Düsseldorf stark bombardiert und viele alte Gebäude wurden zerstört. Aber nach dem Krieg wurde die Stadt wieder aufgebaut. Heute ist Düsseldorf eine wichtige Stadt in Deutschland. Hier gibt es viele Firmen und Geschäfte. Auch Mode ist hier sehr wichtig. Genauso wie Messen und Ausstellungen. Düsseldorf hat eine reiche Kultur mit vielen Museen und Veranstaltungen. Die Stadt ist stolz auf ihre Geschichte, aber auch offen für Neues und Veränderungen. In Düsseldorf gibt es viele interessante Orte, die man besuchen kann. Eine bekannte Sehenswürdigkeit ist die Altstadt. Dort gibt es alte Gebäude, gemütliche Cafés und Restaurants. Man kann durch die engen Gassen spazieren und die Atmosphäre genießen. Ein weiteres Highlight ist die Rheinpromenade. Dort kann man am Flussufer entlang spazieren und die schöne Aussicht auf den Rhein und die Skyline der Stadt genießen. Vor allem abends, wenn die Lichter der Stadt angehen, ist es dort besonders schön. Der Rheinturm ist ein markantes Wahrzeichen von Düsseldorf. Man kann mit dem Aufzug auf die Aussichtsplattform fahren und von dort oben einen fantastischen Blick über die Stadt und die Umgebung genießen. Für Kunstliebhaber ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ein Muss. Dort gibt es eine beeindruckende Sammlung moderner Kunstwerke von Künstlern wie Picasso, Klee und Warhol zu sehen. Wenn man gerne einkaufen geht, ist die Königsallee genau das Richtige. Dort gibt es Luxusgeschäfte, Boutiquen und Cafés entlang einer prächtigen Allee mit vielen Bäumen und Blumen. Auch der Medienhafen ist ein Besuch wert. Dort gibt es moderne Architektur, trendige Bars und Restaurants sowie den berühmten Neuer Zollhof, entworfen von Frank Gehry. Das Schloss Benrath ist ein weiteres beeindruckendes Gebäude in Düsseldorf. Das Barockschloss und der dazugehörige Schlosspark sind ideal für einen entspannten Spaziergang. In Düsseldorf gibt es viele Unternehmen und Geschäfte, die zur Wirtschaft der Stadt beitragen. Eine wichtige Branche ist die Modeindustrie. Auf der Königsallee, einer bekannten Straße in Düsseldorf, gibt es viele Luxusgeschäfte und Designer-Boutiquen. Hier werden hochwertige Kleidung und Accessoires verkauft, die Menschen aus der ganzen Welt anziehen. Auch die Messe Düsseldorf spielt eine große Rolle in der Wirtschaft. Dort finden regelmäßig Messen und Ausstellungen statt, zu denen viele Besucher und Geschäftsleute aus verschiedenen Ländern kommen. Diese Messen bieten eine Plattform für Unternehmen, um neue Produkte vorzustellen, Geschäftskontakte zu knüpfen und Geschäfte abzuschließen. Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig in Düsseldorf ist die Finanzbranche. Viele Banken, Versicherungen und andere Finanzunternehmen haben hier ihren Sitz. Die Stadt ist ein bedeutender Finanzstandort in Deutschland und zieht Fachleute aus der ganzen Welt an. Darüber hinaus gibt es in Düsseldorf auch viele Unternehmen aus den Bereichen Medien, Werbung und Kommunikation. Diese Branche ist eng mit der Kreativwirtschaft verbunden und trägt zur kulturellen Vielfalt der Stadt bei. Die Menschen in Düsseldorf sind sehr verschieden, aber sie haben auch viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel sind sie freundlich und offen für Besucher. In Düsseldorf gibt es Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Einige sind schon seit vielen Generationen hier. Andere sind erst vor kurzem hierher gezogen. Das macht die Stadt zu einem sehr vielfältigen und multikulturellen Ort. Die Düsseldorfer lieben es, Zeit mit ihren Familien und Freunden zu verbringen. Sie gehen gerne in Parks spazieren, treffen sich in Cafés oder machen Ausflüge in die Umgebung. Auch Sport ist beliebt, zum Beispiel Fußball, Radfahren oder Joggen. Die Menschen in Düsseldorf sind auch stolz auf ihre Stadt und ihre Traditionen. Sie feiern gerne lokale Feste und Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Karneval oder das Japanfest. In Düsseldorf gibt es eine große Vielfalt an leckerem Essen aus aller Welt. Man kann hier viele verschiedene Gerichte probieren. Von traditionell deutscher Küche bis hin zu exotischen Spezialitäten. Ein beliebtes Gericht in Düsseldorf ist die rheinische Küche. Dazu gehören zum Beispiel rheinischer Sauerbraten und rheinischer Döppekoche, eine Art Kartoffelkuchen. Diese Gerichte sind oft deftig und sehr lecker. Aber in Düsseldorf findet man nicht nur deutsche Küche. Es gibt auch viele verschiedene Restaurants, die internationale Spezialitäten anbieten. Zum Beispiel kann man hier köstliche italienische Pasta, japanisches Sushi oder türkische Döner probieren. Besonders bekannt ist Düsseldorf für seine japanische Küche. In der Stadt gibt es eine große japanische Gemeinschaft. Und deshalb gibt es hier viele authentische japanische Restaurants. Warst du schon mal in Düsseldorf? Wenn ja, wie war deine Erfahrung? Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht weniger gefallen? Schreibe deine Erfahrung in die Kommentare. Neue Vokabeln Die Römer The Romans Handwerk Craft Handel Trade Zerstört Destroyed Das Wahrzeichen The Landmark The Landmark Die Umgebung The Surroundings Kontakte knüpfen Making Contacts Darüber hinaus Beyond that Zeit verbringen Spend Time Deftig Deftig Hearty Na, ich hoffe, das war nicht zu schnell für dich und du hast alles gut verstanden. Wenn nicht, höre die Episode einfach noch einmal. Wenn das Tempo für dich zu schnell ist, dann höre die Episode meines Slow German Podcasts. Vielleicht magst du diese Episode aber auch zum Shadowing nutzen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du hast etwas Neues gelernt. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das auf Patreon tun. Dort findest du auch alle Transkripte zu allen Podcast Episoden. Den Link zu meiner Patreon Seite findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Halt, bevor du gehst, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren.